Katy Perry ist eine US-amerikanische Sängerin und Songschreiberin. Sie wurde 2008 mit E-Kist-A-Girl und Hot & Cold bekannt und verkaufte weltweit über 92 Millionen Tonträger, Jugend und Anfänge als Sängerin. Das Kind von Pastor Maurice E. Keith Hudson und Mary Christine Perry sang bereits als Kind im örtlichen Gospelchor. Später entdeckte Perry die Band Queen für sich, sie war begeistert von der Stimme von Frontmann Freddie Mercury. 2001 erhielt sie beim Label Red Hill Records einen Vertrag. Kurz darauf veröffentlichte sie unter dem Namen Katie Hudson das gleichnamige Debütalbum, das aber floppte, obwohl es breiten Anklang in der christlichen Musikszene fand. Nach dem Erscheinen ihres ersten Albums wählte sie den Geburtsnamen ihrer Mutter als Künstlernamen, um nicht mehr mit der Schauspielerin Kate Hudson verwechselt zu werden. 2004 arbeitete Perry für das Label The Matrix. Sie begann mit der Arbeit an ihrem ersten Mainstream-Album, das 2005 erscheinen sollte. Einige Titel wurden auf ihrer MySpace-Seite veröffentlicht und Simple ist auf dem Soundtrack von 1 für 4 enthalten. In Nashville lernte Perry den Musikproduzenten Glenn Bellart kennen, der bereits für No Doubt gearbeitet hatte. Dieser förderte ihr Talent und stand ihr bei den ersten professionellen Aufnahmen mit Rat und Tat zur Seite. Von da an geriet sie immer mehr ins Blickfeld einflussreicher Produktionsfirmen wie Capitol Records sowie der Medienkarriere. Im Mai 2008 wurde die erste Single E-Kissed-A-Girl aus ihrem Album One of the Boys in den USA veröffentlicht, das sie dort auf der WAP-Tour vorstellte. Der Titel erreichte Platz 1 in Kanada und im Juni auch die Spitze der US-amerikanischen und australischen Charts. Am 1. August wurde der Titel auch in Deutschland veröffentlicht und stieg auf Platz 2 der Media Control Single Charts ein. In der dritten Woche eroberte das Lied auch in Deutschland Platz 1. Als zweites Single folgte der Song Hot & Cold, der am 22. November 2008 als erster Download-Titel den Chart-Einstieg auf Position 2 in Deutschland schaffte. Mit der Veröffentlichung als CD erreichte Hot & Cold eine Woche später die Spitze der deutschen Charts und konnte sich dort acht Wochen halten. Für das Computerspiel Sims 2 Apartment Leben nahm Perry ihre Songs Hot & Cold und Last Friday Night neu in der fiktiven Sprache Simlish auf. Am 6. November 2008 moderierte Perry die MTV Europe Music Awards 2008 und gewann die Auszeichnung als bester Newcomer. Für den Echo 2009 war sie in der Kategorie Hit des Jahres nominiert. Auch 2009 moderierte Perry in Berlin die EMAS. Am 13. November 2009 erschien ein CD-DVD-Mitschnitt ihres MTV Unplugged Konzertes, aufgenommen am 22. Juli 2009 in New York City. Im August 2010 suchte Perry 50 Österreicher, die in ihrem neuen Musikvideo zu Firework mitspielen wollten. Gestartet wurde dieses Projekt unter dem Namen Katies Projekt von dem österreichischen Telefonanbieter T-Mobile Austria. Ab September 2010 wurde Perry mit ihrem Sohn Teenage Dream als Image-Kampagne für ProSieben und ProSieben Austria genutzt. Am 2. Oktober 2010 war sie Gast und Wettpartin in der ZDF-Lewischow-Wetten, das bei Thomas Gottschalk. Ende September 2010 wurde auf der Videoplattform YouTube ein Vorab-Video aus einer Folge der Kinderserie Sesamstraße veröffentlicht. In der Perry mitspielte, der Ausschnitt sollte in einer der nächsten Folgen veröffentlicht werden. Einige amerikanische Eltern stießen sich jedoch an der aus ihrer Sicht zu knappen Bekleidung Perrys und veranlassten die Macher mit kritischen Videokommentaren dazu, die Szene nicht auszustrahlen. Von Februar bis Januar 2012 ging Perry mit der California Dreams Tour auf Welttournee, um ihr drittes Studioalbum Teenage Dream zu bewerben. Außerdem spielte sie in der Folge Ohani der Fernsehserie How I Am It Yomaya mit, die in den USA am 7. Februar 2011 ausgestrahlt wurde. Hierfür gewann sie den People's Choice Award als beliebteste Gast-Schauspielerin einer Serie. In der Simpsons-Folge The Fight Before Christmas spielte sie, neben den in Form von Muppets Puppen auftretenden Simpsons-Figuren, als erste real auftretende Person mit. In dem 2011 erschienenen Film Die Schlümpfe spricht Perry in der englischsprachigen Originalfassung Die Schlumpfein. Nachdem auch ihre Single-Auskopplung Last Friday Night Platz 1 der Hitparade erreicht hat, ist sie nach Michael Jackson mit seinem Album Bad der zweite Künstler, der fünf Singles eines Albums an der Spitze der US-Charts platzieren konnte. Am 13. Februar veröffentlichte Perry die Single Part of Me, die erneut Platz 1 der US- und Who-Kart-Charts erreichte. Im August wurde außerdem eine autobiografische Dokumentation mit dem Titel Katy Perry Part of Me in den Kinos ausgestrahlt, die von ihrem Leben und ihrer Karriere handelt und Szenen aus ihrer letzten Tournee zeigt. In der Kategorie Choice Summer Movie, Comedy, Music wurde der Film 2012 mit einem Teen Choice Award ausgezeichnet. Am 25. September 2012 wurde sie vom Billboard-Magazin zur Woman of the Year ernannt. Bei der Präsidentschaftswahl 2012 unterstützte sie Amtsinhaber Barack Obama durch einige musikalische Auftritte wie dem 30-Desto-Victory-Konzert. Die erste Single-Auskopplung ruhe ihres Albums Prissen, das im Oktober 2013 erschien, erreichte im August Platz 1 der Billboard Hot 100. Im Dezember folgte mit Dark Horse eine weitere Auskopplung, die ab Februar 2014 ebenfalls auf dem ersten Platz lag. Von Mai 2014 bis Oktober 2015 lief Perry's Tournee Adepressor Matic World Tour, mit der sie ihr Album promotete. Am 1. Februar 2015 trat Perry neben Missy Elliot und Lenny Kravitz in der Halbzeitpause des Super Bowl XLIX auf. Im Juni 2015 belegte sie Platz 3 der Forbes-Liste der bestbezahlten Stars weltweit. Werbeverträge und Rezeption 2010 erschienen unter ihrem Namen das Parfum Pearl, 2011 folgte Miau und 2013 Killer Queen, das durch die Duftvarianten Royal Revolution, Osushir und Spring Rain als Serie erweitert wurde. Anfang 2012 erschien bei Aylure eine Kollektion künstlicher Wimpern unter ihrem Namen. Seit 2014 bringt Perry in Zusammenarbeit mit der Ladenkette Klairs eine Schmuckkollektion, die Prissom Collection, nach ihrem Design heraus. Außerdem macht sie Werbung für die Make-up-Marke Covergirl, die italienische Modemarke Moschino und den Toyota Yaris. 2012 erschien für die Sims 3 ein Accessoirespack unter dem Namen die Sims 3, Katy Perry Süße Welt sowie das Erweiterungspack Showtime. Katy Perry Collectors Edition Ende September 2013 wurden Perry im Wachsfiguren-Kabinett von Madame Tussauds drei Wachsfiguren in Sydney, Bangkok und New York City gewidmet. Zudem existieren von ihr bereits Wachsfiguren in Wien, Las Vegas, Singapur, Berlin und Orlando. Privatleben Perry war mit dem Musiker Justin York, dem Sänger Matt Thiessen, dem Schauspieler Johnny Lewis und dem Ripper Trevi MC Koaliert. Von Oktober 2010 bis Januar 2012 war Perry mit Russell Brandt verheiratet. Das Paar hatte sich bei den MTV Video Music Awards 2009 kennengelernt. Die Hochzeit fand im indischen Rayon Stan statt, wo sich das Paar auch verlobt hatte. Von Ende 2012 bis Anfang 2014 führte Perry eine Beziehung mit dem Sänger John Mayer. Diskografie Studio Alben Tourneen Hello Katie Tour California Dreams Tour The Presumatic World Tour Filmografie 2001 Live from Studio B 2001 zu 30 CC 2007 Music Chronik 2008 Wildfire 2008 Schatten der Leidenschaft 2010 Sesamstraße 2011 2011 H.I.M.E.T. Yamaa 2011 Die Schlümpfe 2012 Racing Hope 2012 Katy Perry Part of Me 2013 Die Schlümpfe 2 2014 CMT Crossroads 2015 Katy Perry The Presumatic World Tour 2015 Katy Perry Making of the Pepsi Super Bowl Halftime Show 2015 Jeremy Scott The People's Designer Auszeichnungen Billboard Music Award 2011 In der Kategorie Top Digital Songs Artist 2011 In der Kategorie Hot 100 Artist of the Year 2012 In der Kategorie Spotlight 2013 In der Kategorie Woman of the Year 2014 In der Kategorie Top Female Artist 2014 In der Kategorie Top Digital Songs Artist BRIT Awards 2009 In der Kategorie International Female Solo Artist MTV Europe Music Awards 2008 In der Kategorie Best New Act 2011 In der Kategorie Best Live 2013 In der Kategorie Best Female 2014 In der Kategorie Best Look 2014 In der Kategorie Best Video NRJ Music Awards 2009 In der Kategorie International Album Song of the Year 2013 In der Kategorie International Song of the Year 2013 In der Kategorie International Female of the Year Read Star Award 2010 In der Kategorie Fashion Ikone Teen Choice Awards Teen Choice Awards 2009 2009 In der Kategorie Favorite Pop Song 2011 In der Kategorie Favorite Female Artist 2011 In der Kategorie Favorite Online Sensation 2012 In der Kategorie Favorite TV Music Video Video 2012 2012 In der Kategorie Favorite Tour Headliner 2013 In der Kategorie Favorite Female Artist 2013 2013 In der Kategorie Favorite Pop Artist 2014 2014 In der Kategorie Favorite Music Video MTV Video MTV Video Music Awards 2011 In der Kategorie Video of the Year 2011 In der Kategorie Best Collaboration 2011 In der Kategorie Best Special Effects 2012 2012 In der Kategorie Best Art Direction In A Video 2014 In der Kategorie Best Female Video Nickelodeon Kids Choice Awards 2011 In der Kategorie Favorite Female Singer 2012 2012 In der Kategorie Favorite Voice From Unanimated Movie 2013 In der Kategorie Favorite Female Singer Feria decentralized Video In der Kategorie Probe Feria